Hallo und willkommen beim dieswöchigen Wild Spirits News. Ich bin Sybille und heute sage ich dir kein Geld mehr rausschmeißen. Ich sage nur zu. Moment, warte, bin ich nicht diejenige, die normalerweise immer empfiehlt, Geld zu sparen und zu investieren und dein Geld zu managen. Ja, das bin ich und ja, das ist auch immer noch korrekt. Aber es gibt, man kann das übertreiben. Wenn man sich zu sehr fokussiert auf nur das Sparen und das Investieren, dann kommt man an einen Punkt, wo man sich gar keine Ausgaben mehr erlaubt und gar keine, eben auch Ausgaben, die auch mal die Freude am Leben und das Leben im Augenblick fördern könnten. Und das ist kontraproduktiv, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Daher ist deine Mission heute zu lernen, wie viel Spaß es machen kann, Geld rauszuschweißen und wie du das bewerkstelligen kannst, während du gleichzeitig dein Vermögen anwachsen lässt. Aufgabe Nummer eins ist, wie du Geld rauswirfst, ohne Pleite zu gehen. Ich habe schon in der Vergangenheit öfters über Budgets gesprochen. Ich finde es sehr wichtig, dass man sein Geld budgetiert. Das ist auch Teil von jedem einzelnen meiner Coaching-Programme. Aus dem einfachen Grund, weil es nicht möglich ist, Leidenschaften zu priorisieren und deine Lebensbestimmung zu leben, wenn du ständig im Hinterkopf Geldsorgen hast und wenn du ständig Gedanken machen musst, wo das Geld für die nächste Miete herkommen soll. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Was ich immer empfehle, ist im Prozent zu budgetieren. Also nicht einem Budget einen bestimmten Betrag zuzuordnen, sondern einen Prozentsatz deines Einkommens. Und bei Einkommen meine ich immer das monatliche Nettoeinkommen. Also Prozente anstatt Beträge, weil wenn du mal zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommst oder vielleicht auch mal dein Einkommen niedriger wird, das wollen wir ja nicht hoffen, aber normalerweise steigert sich ja das Einkommen. Es verändert sich und wenn es sich verändert, dann bleiben die Prozentsätze gleich. Der Betrag wird dann über alle Kategorien gleichmäßig verteilt jeweils höher. Anstatt dass du eine Gehaltserhöhung kriegst und wie das normalerweise so läuft, das kennst du vielleicht, drei Monate später ist die verpufft. Man hat irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass man mehr verdient. Wenn du das mit den Prozentsätzen machst, wird automatisch alles sich gleichzeitig erhöhen und du hast mehr Geld zum Sparen, aber auch mehr Geld zum Ausgeben, mehr Geld für andere Dinge. Und da kommen dieses Geld rausschmeißen, diese Kategorien ins Spiel, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und das betrifft zwei der Kategorien, die ich fürs Budget empfehle. Diese zwei Kategorien heißen Geben oder Schenken und Spaß oder Spiel. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Jede dieser Kategorien sollte fünf bis zehn Prozent von deinem Nettoeinkommen ausmachen. Das hängt davon ab, wie deine Situation ist, deine finanzielle Situation und dein Einkommen. Fünf Prozent ist immer ganz gut zum Anfang. Wenn du es dir leisten kannst, mach zehn Prozent draus oder sieben oder sowas. Geben ist die Kategorie, wo du zum Beispiel etwas stiftest an Zwecke, wohltätige Zwecke. Oder auch Geschenke für deine Lieben. Geburtstagsgeschenke und solche Geschichten. Das ist die Kategorie Geben. Etwas für andere ausgeben. Die Kategorie Spielen oder Spaß, wie du sie auch nennen möchtest, ist die Kategorie für dich. Und das ist Geld, dass du das, also wie gesagt, so sagen wir mal fünf Prozent von deinem Nettoeinkommen im Monat, dass du herausschmeißen musst. Das kann auch nicht gespart werden. Was in der Geben-Kategorie ist, kannst du sparen. Viele Leute sparen zum Beispiel einige Monate vor Weihnachten, weil wir da nun mal ziemlich viele Geschenke kaufen. Die Spiele- und Spaß-Kategorie, die darfst du nicht sparen. Vielleicht maximal mal so zwei oder drei Monate, aber die muss eigentlich idealerweise jeden Monat ausgegeben werden. Da handelt es sich nämlich um Geld, dass du rausschmeißt. Das sollte etwas sein, was du nicht brauchst, aber gerne willst. Etwas, was dich anspricht im Internet. Du siehst irgendein Schmuckstück, irgendwas Schönes, das kaufst du dann halt schnell. Oder du bist mit Freundinnen in der Bar und dann schmeißt du eine runde Cocktails-Fahne. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl für Spaß, für etwas, was dir wirklich Freude bereitet, spontan Geld ausgeben zu können. Und du kannst das ausgeben, weil das in deinem Budget liegt und du weißt genau, wie viel du rausschmeißen kannst, um noch in diesem Budget zu bleiben, um nicht dein gesamtes Budget zu sprengen und über den Haufen zu werfen. Aufgabe Nummer zwei ist, warum Geld rausschmeißen wichtig ist. Wie eben schon erwähnt, ist es ein gutes Gefühl, wenn man Geld einfach für Freude ausgeben kann, für andere oder für sich selbst, ohne dabei das Budget zu sprengen, weil man weiß, dass man sich innerhalb dieses bestimmten Budgets der fünf oder sieben Prozent bewegt. Es geht aber noch weiter. Allem Anschein nach, alle Belege zeigen, dass alle Menschen, die viel Geld haben, sagen das Gleiche. Nämlich, dass wenn man Geld auch ausgibt und damit daran Freude hat, sich selber und Menschen, die man liebt, Freude bereitet und Gutes tut mit dem Geld, indem man es ausgibt, dass das nicht nur dem Aufbau von Vermögen nicht schadet, sondern dass es sogar andersherum zuträglich ist, dass man noch mehr Überfluss und Vermögen anzieht damit. Niemand weiß wirklich, warum das ist. Und es gibt sehr viele Erklärungen, die sich aber alle total abgehoben anhören. Zum Beispiel, das Universum mag es, wenn wir Freude haben und deswegen schenkt es uns dann, belohnt es uns dann mit noch mehr. Oder das Geld Energie ist. Das ist etwas, was ich eigentlich glaube, dass Geld Energie ist und Energie darf nicht stagnieren. Energie muss fließen. Und wenn wir die Energie am Fließen halten, indem wir eben Geld ausgeben, dann fließt auch wieder Energie, Geld zu uns zurück. Trotzdem, es klingt immer noch abgehoben und du brauchst davon gar nichts glauben. Glaub einfach den Beweisen, den Belegen, dass das nämlich tatsächlich in der Realität so ist und viele Menschen das schon erlebt haben. Und probiere das aus. Weil wenn du die, was immer der Grund ist, es zeigt die Erfahrung, dass wenn du Geld für dich oder andere Menschen, die du liebst, ausgibst zu Zwecken der Freude und des Spaßes, dass das dazu beiträgt, deinen Wohlstand und dann auch eben auch deine Ersparnisse entsprechend zu steigern. Das bringt mich zur Aufgabe Nummer drei. Lass mich wissen. Klick Antworten auf der E-Mail, mit der du den Link zu diesem Video bekommen hast. Und sag mir, was du von diesem Video mitnimmst. Budgetierst du dein Geld schon? Hast du schon sowas wie eine Spaß- oder eine Geschenkekategorie? Und wenn nicht, möchtest du sie vielleicht einrichten? Hast du vielleicht Fragen zu diesem Video? Du kannst auf jeden Fall mir antworten und ich beantworte jede E-Mail, das verspreche ich. Wenn du diesen Link für das Video nicht in einer E-Mail bekommen hast, heißt das, dass du noch nicht Teil der Gemeinschaft der wilden Geister bist und zu uns kommen musst. Geh auf wildspiritscoaching.com-de und füll da das kleine Formular aus. Du erhältst eine E-Mail in der Woche, ist wirklich 100% spermfrei. Du bekommst zusätzliche Informationen und Artikel und Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen und manchmal erhältst du exklusive Angebote, die nur für meine Abonnenten sind, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also geh auf wildspiritscoaching.com-de und melde dich an. Du kannst auch wildspiritscoaching googeln, das bringt dich auch auf meine Webseite. Danke fürs Zusehen!